Nun, wir wollen nochmal zeigen, wie die Innenminister vor Beginn dieses Verfahrens, was sie ja selbst angestrengt haben, hier aufgetreten sind, mit welchem Eindruck. Und eigentlich in allen Gesprächen, die man gehört hat, da hat man den Eindruck gehabt, dass sie selbst nicht so ganz überzeugt davon sind, dass sie wirklich auf sicherem Grund stehen mit ihrem Antrag. Natürlich, der Antrag ist begründet auf 260 Seiten zunächst und auf weiteren 100 anschließend. Aber man spürt eben doch, welche Risiken mit diesem Verfahren verbunden sind. Und ich habe darüber auch mit dem Innenminister Bayerns, mit Herrn Herrmann gesprochen. Es ist ein schwieriges Verfahren, es ist eine große Herausforderung, aber es ist ein, denke ich, ganz wichtiger Meilenstein auch in der weiteren Entwicklung unserer Demokratie. Es ist klar, wir sind freiheitlich, wir haben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, eine großartige Toleranz. Aber gerade bei solchen Elementen, die diese Toleranz beseitigen wollen, die gerade gegen diese Freiheit unterwegs sind, da muss sich diese Demokratie auch als wehrhaft erweisen und da müssen wir klare Grenzen setzen. Und das wollen die Bundesländer heute gemeinsam gegen die NPD tun. Ich muss Ihnen ja nicht erzählen, wie stark die AfD ist und dass die AfD eigentlich die Wähler anzieht, die früher mal vielleicht NPD gewählt hätten. Also ist das Problem NPD in Anführungsstrichen nicht längst ein Problem der Geschichte? Nein, die NPD profitiert von der Parteienfinanzierung und betreibt ihre rassistische Propaganda letztendlich auch noch mit dem Geld der Steuerzahler. Dem muss ein Ende bereitet werden, dass wir uns selbstverständlich mit anderen Entwicklungen in unserer Gesellschaft auch auseinandersetzen müssen. Dazu gehört beispielsweise die Pegida-Demonstrationen. Wir haben die in Bayern inzwischen überwiegend schon unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt, stellen da übrigens auch fest, dass bei vielen großen Pegida-Veranstaltungen auch NPD-Leute wieder ganz führend mit dabei sind. Und deshalb gibt es da einen engen Zusammenhang. Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Aber das wird natürlich leider noch nicht das Ende des Rechtsradikalismus in unserem Land bedeuten, sondern da bleibt auch weitere Arbeit. Aber das wird natürlich nicht das Ende des Rechtsradikalismus in unserem Land bedeuten,